Der Zwergpinguin ist die kleinste Art aus der Familie der Pinguine. Die Vögel werden gewöhnlich 35 bis groß und wiegen etwa ein Kilogramm. Verbreitung Das Hauptverbreitungsgebiet des Zwergpinguins ist Neuseeland. Dort heißen sie Little Blue Penguins oder einfach nur Blue Penguins. In der Sprache der Maori heißen sie Korora. Es finden sich zahlreiche Kolonien rund um Neuseelands Nord- und Südinsel, auf Stuarts Island sowie den Shetham-Inseln. Der Zwergpinguin ist außerdem die einzige Pinguinart, die auf dem australischen Festland brütet. Brutkolonien finden sich entlang Australiens Südküste und auf Tasmanien. In Australien werden sie nur Little Penguins oder Fairy Penguins genannt. Sie sind nicht sehr scheu und brüten manchmal unter Wohnhäusern. Ernährung Zwergpinguine ernähren sich von Fischen, Tintenfischen und kleineren Crab-Stieren. Dazu unternehmen sie ausgedehnte Jagd- und Tauchzüge. Sie jagen tagsüber, aber sie füttern ihre Jungen bei Nacht. Aufzucht der Jungen Sie leben das ganze Jahr über in großen Kolonien. Sie nisten in Feldspalten unter Baumwurzeln oder in Erdlöchern. In Neuseeland sind an zahlreichen Orten auch Nistküsten installiert, die von den Pinguinen als Brutstätte verwendet werden. Die Brutzeit ist variabel und kann sich von Mai bis März erstrecken. Aus zwei gelegten Eiern schlüpfen nach gut drei Wochen Brutzeit die Küken. Nach etwa sechs Wochen werden die Kükenflüge. Je nach Beginn der Brutsaison kommt es vor, dass ein Paar, nachdem die ersten Küken das Nest verlassen haben, ein zweites Gelege groß zieht. Während der Brut kehren die adulten Pinguine in der Abenddämmerung in ihre Kolonien zurück, um die Jungen zu füttern. Systematik Der Zwergpinguin wurde 1781 durch den deutschen Naturforscher Johann Reinhold Forster beschrieben und 1856 durch den italienischen Zoologen Charles Lucien Bonaparte der neu eingeführten Gattung Eudyptula zugeordnet. Die seitdem meist als monotypisch gilt, die Haare der Zwergpinguin ist die einzige Art der Gattung. Ein DNA-Vergleich von verschiedenen genetischen Markern zeigt jedoch, dass es sich beim Zwergpinguin eigentlich um eine Superspezies mit zwei kryptischen Arten handelt. Eine neuseeländische Art und eine weitere, die an der Südküste Australiens vorkommt. Hybridisierungen zwischen den beiden Arten finden nur in Ausnahmefällen statt. Der durchschnittliche Sequenzunterschied zwischen den australischen und den neuseeländischen Zwergpinguinen liegt bei 3,8%. Während sie lediglich 0,8% beim Vergleich von Brillenpinguin und Magellanpinguin beträgt und nur bei 1,5% beim Vergleich von Felsenpinguin und nördlicher Felsenpinguin liegt. Für die neuseeländischen Zwergpinguine wird weiterhin der wissenschaftliche Name Eudyptula meiner zur Verfügung stehen. Da die Typos-Lokalität der Art der Duskieser und im Fjordland im Südwesten der Südinsel ist. Für die australische Art wird der wissenschaftliche Name Eudyptula novellandier vorgeschlagen. Typos-Lokalität ist Podgexen bei Sydney. Die beiden Arten geben auch unterschiedliche Rufe von sich und zeigen ein unterschiedliches Verhalten. Die australische Art kommt bevorzugt nach Anbruch der Dämmerung in Gruppen an Land. Ein Verhalten, das in Neuseeland nur an der Küste von Otago beobachtet wurde. Die Population an der Küste von Otago gehört genetisch zur australischen Art. Sie hat sich wahrscheinlich vor einigen tausend Jahren an diesem neuseeländischen Küstenabschnitt angesiedelt. Möglicherweise hat sich das Verhalten der australischen Art entwickelt, um eine Begegnung mit Raubbeutlern zu vermeiden. Die neuseeländischen Zwergpinguine brüteten vor Ankunft des Menschen auf einer Insel, auf der es keine landlebenden Raubtiere gab. Im Unterschied zur neuseeländischen Art brüten die australischen Zwergpinguine. Abhängig vom Nahrungsangebot und von der Temperatur des Oberflächenwassers, nach einer erfolgreichen ersten Brut oft ein zweites Mal Tourismus. Auf Philipp Island südöstlich von Melbourne kann diese nächtliche Pinguinparade in touristischer Open-Air-Theater-Atmosphäre beobachtet werden. Die Tiere lassen sich von der Beleuchtung und den Touristen offenbar nicht stören. Ähnliche Wanderungen lassen sich auch an anderen Stellen der australischen Südküste beobachten. Allerdings ohne touristische Aufbereitung einerseits und Eintrittsgelder andererseits. Die bekannteste Alternative befindet sich bei den zwölf Aposteln an der Gretoschen Roth. Die Pinguine kommen jeden Tag zum Sonnenuntergang und spazieren in Gruppen über den Strand. In der Regel kommen etwa 400 Pinguine, teilweise aber auch über 1000. Eine weitere Beobachtungsmöglichkeit bietet sich am St. Kildar Pier in Melbourne. Das neuseeländische Ponda findet sich in Oamaru, die Oamaru Blue Penguin Kolonie. Vom Menschen ausgehende Gefahren, obwohl die Art insgesamt nicht gefährdet ist, sind Kolonien in Gebieten mit intensiverer menschlicher Aktivität von Verschmutzung und verwilderten Haustieren bedroht. Ich freue mich, dass der Bedeutel der Kildar nicht mehr schützt. Ich freue mich schon. Ich freue mich, dass der Bedeutel One-Kildar nicht mehr schützt. Der Bedeutel ist ein Beobachtungsmöglichkeit. Jetzt ble mir doch noch ein, der es schützt. Ich freue mich, dass ich hier in die descobrechen, Ich freue mich, dass der Bedeutel bei seinen Leitkunden mit den Staaten bin. Der Bedeutel, muss ich immer einen Bedeutel-Einheit geteilt. Vielen Dank.